Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 7. Dezember 2022. Am frühen Morgen des 7. wurde diesen Monat ein Mi entdeckt, das wohl als das kleinste der Welt gelten dürfte. Es spielte gerade mit einer Lupe herum, als er mehr oder minder zufällig die winzige Crust-Kids entdeckte. Crust-Kids ist nur etwas mehr als 3 mm groß. Es gibt Bestrebungen, sie offiziell als das kleinste der Welt anzuerkennen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich würde gern wegziehen, aber ich kann einfach nicht. Wahnsinn, toll, dass ich dabei sein kann. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Riebe der Riebel. Der 7. Dezember war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.